Eugen Johannes Riemann war ein deutscher Schauspieler, der seit 1916 in über 90 Filmrollen zu sehen war. Ab 1934 führte Riemann im Film auch Regie und wirkte an Drehbüchern mit. Leben nach ursprünglich musikalischen Interessen nahm Johannes Riemann Schauspielunterricht bei Anna von Stranzführing und Alexander Strackosch. 1908 erhält er sein erstes Engagement, und zwar am Berliner Häppeltheater. Weitere Stationen seiner Theaterkarriere sind Teplitz, Meran und Marienbad, die Berliner Volksbühne sowie das Hoftheater in Weimar. Max Reinhardt holte ihn um 1916 ans Deutsche Theater nach Berlin. Der Schwerpunkt seiner Filmtätigkeit liegt etwa zwischen 1916 und 1945. Seine erste Rolle war hierbei im Film Gelöste Ketten. Er trat am 1. Mai 1933 der NSDAP bei, Mitgliedsnummer 2641.955. 1939 erhielt er den Titel, Staatsschauspieler. Während des Zweiten Weltkriegs trat er bei einer Reise ins besetzte Polen Ende März 1944 im Rahmen einer Truppenbetreuungsveranstaltung für KZ-Personal bei einem bunten Abend im KZ Auschwitz auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg stand er wieder öfter auf der Bühne.